Sammeln 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2022 Ich bin jetzt hier in Kasthorn. Ich will nur einen Community Video machen. Ich dachte, ich würde ein paar Minuten aussehen, um zu zeigen, wie Kassthorn ist heute. Ein paar Leute sind hier unterwegs. Ich werde Ihnen einen kurzen Blick von dieser Garten, die ich hier habe, um mich zu filmen. Es ist toll. Also, I'll walk down to the pier, which is one of the reasons we're here filming. I'll just take time out just to show you that as well. Criffle there, looking amazing today. You can see right across there onto the English side of the Solway Firth. I believe the steamboat is actually not open today. I think that's open five days a week. But I think you can imagine how busy it would be here today if that was open. It's a very popular place. There we go, cast thorn in the sunshine.